Ich schwöre, bei jeder Tour tauchen mehr wilde Tiere. Noch mehr? Okay, auf jeden Fall müssen wir den Fahnen folgen. Grüß dich. Grüß dich selbst. Gut, dann gucken wir mal in die Höhle. Hier ist auch schon Doda. Und Doda. Tagebuchseite. Endlich, der letzte Tag, dann habe ich meinen ganzen Kram beim neuen Versteck plus abwärts. Was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass ich die Lagerstellen angelegt habe, um mich auf dem Weg auszuholen. Außerdem habe ich Fahnen aufgestellt, um die Orte zu markieren, nachdem wilde Tiere meine Lager verwüstet haben und ich mich verlaufen hatte. Uff. Aber ich habe es fast geschafft. Eine letzte Ladung, die ich noch transportieren muss. Klingeling, macht der Schlüssel. Ich kann es kaum erwarten. Okay, treiben lassen. Schatz, suche. Halt uns ein paar Folgen. Genau, da gehen wir jetzt mal hin. Junge, wo kommen die denn auf einmal her? Das sieht aus wie ein Wolf. Oder wie ein Füchse. Oh boy. Was war denn da drüben jetzt auf einmal? Noch einer? Ah, hier. Kam da einfach mal einer an. Noch einer? Da drüben müsste noch einer sein. Ich sehe die immer nicht. Da. So. Noch mal jemand ohne Fahrschein? Sieht nicht so aus. So, dann gehen wir mal da rüber. Zack. Hä? Das ist es schon? Ne. Ach, der Schlüssel. Den Schlüssel. Genau. Ich finde das Versteck. Okay, hier ist noch mal ein Brief. Wie ich es hasse, Zeug durch einen Fluss zu tragen. Und ich habe noch mindestens drei Touren vor mir. Scheiße. Dann muss ich das alles noch über diese dumme Brücke schleppen. Den dummen Hügel runter. Und die dummen Wölfe und Bären überleben. Es ist alles so furchtbar. Okay. Und jetzt soll ich hier irgendwo, äh, ein Bunker sein oder was? Keine Ahnung. Der hat da mal, ich muss mal sagen, der hat da... Da hinten ist es. Was war denn das? Panzerfaust? So. Hm. Hm. Hä? Ja, und was kann man hier machen? Im Suchgebiet, ja. Okay. Soll hier irgendwo eine, weiß ich nicht, eine Höhle sein? Oder ein Eingang? Weil mir wurde ja gerade angezeigt, dass hier irgendwas sein soll. Aber hier ist so ein Feuer. Eventuell oben auf dem Berg. Schlüssel habe ich. Vielleicht auch ganz oben auf dem Berg. Das hier irgendwo so eine Luke ist, wo man rein könnte. Nee, der zeigt mir immer noch da hinten an. 85 Meter. Hm. Hier hat man eine gute Übersicht, ne? Über den ganzen... Über den ganzen Kram. Da ich ja jetzt irgendwie den Schlüssel habe, müsste ich doch eigentlich so nah reinkommen können. Im Suchgebiet, ja. Hm. 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 Wo ist die Tür? Es ist natürlich auch doof, dass es dunkel ist. Da sieht man umso weniger. Hm. Keine Ahnung. Was war das? Achso, das war der Brief, ne? The Brief. The Letter. Ich kann ja nochmal reingucken. Äh. Außerdem habe ich Fahnen aufgestellt, um die Orte zu markieren, nachdem wilde Tiere mein Lagerflüsse haben. Fahnen aufgestellt. Da drüben war der Schlüssel, und hier muss irgendwo... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, ey. So, da ist die Brücke. Hier ist nochmal ne Fahne. Da ist nochmal ne Fahne. Ich glaube, da ist es. Irgendwo. Vielleicht. Oh Gott, was ist denn das für ein Fähig? Das ist ein Terrorbär. Das ist ein Specialbär gewesen. So, da sind die Fahnen. Da ist noch einer, aber die haben sich wohl selbst irgendwie... Selbst aufgefordert. So, ich jetzt nochmal ein Brief. Ich bin hier rüber gehüpft, um den Bären aus dem Weg zu gehen. Jetzt sind meine Schuhe nass. Meine Socken und meine Hose auch. Na toll. Sobald ich getrocknet bin, muss ich wieder den Fuß entlang zurück. Ich schwöre, bei jeder Tour tauchen mehr wilde Tiere. Noch mehr? Okay, auf jeden Fall müssen wir den... Müssen wir den Fahnen folgen. Grüß dich selbst. So, das wird ne Fahne. Fahne. Da drüben vielleicht. Das ist ein Häuschen. Wollen wir da mal gucken gehen. Hier mal irgendwie rüberjumpen vielleicht. Ja genau, mach mal hier den... Mach mal hier den Schirm auf. Besser ist es. Nee, hier ist auch nix. Ach so, da vielleicht. Vielleicht ist es schon das Ziel. Hier hinten oder so. Hier ist auf jeden Fall noch ein Brief. Ach, leckt mich doch alle kreuzweise. Jetzt sind hier auch noch Highwaymen-Wichser aufgetaucht. Was denn noch? Ich glaube, ich nehme einfach die Beine in die Hand. Ich renne zum Wasserfall und dann irgendwie die Felsen runter. Mein neues Versteck ist dann nicht mehr allzu weit. Wenn ich es bis dahin schaffe, bin ich in Sicherheit. Und ich habe genug Zeug gehortet, um mich eine Ewigkeit in dieser Höhle zu verstecken. Okay, Wasserfall runter. Und da lang? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier irgendwie... Was soll denn das nehmen? Dass ich hier lang muss. Das denke ich mal nicht. Ich denke mal schon, dass ich den bei den Fahnen weiter muss. Guck mal, da geht es doch weiter mit den Fahnen. Dann gehen wir doch mal da weiter. Ich glaube, Wasserfall runter hat auch gesagt. So, da drüben. Da ist noch eine Fahne. Da ist noch eine Fahne. Kommt man hier irgendwo easy runter? So, da könnte es sein. Hier ist es. Hier ist es. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. So. Treiben lassen. Abgeschlossen. Nice. Nice, nice, nice. Sammeln wir mal den ganzen Kram hier ein. Jetzt offenbar wieder ein paar Bücher. So, hier ist einmal das Audio-Pfeil. Ich liebe diese neue Höhle. Hübsch und abgelegen. Ich glaube, hier kann ich genug für einen zweiten Kollaps lagern. Wer braucht schon ein baufälliges Haus, wenn es überall perfekte Höhlen gibt? Hm. Ich bin ein Visionär. Er ist ein Visionär. Gut, abgeschlossen. Fertig. Boatens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Thinking. Bis zum nächsten Mal.